Ich hab auch ein Eis in der Zeit. Ich hab auch ein Eis in der Zeit. Ja, sowas hab ich auch nie gehabt. Ich hab die Treffen. So, irgendwas wegwerfen zu zeichnen. Sticky Can. Nee, nimm ja die EMP auch nicht. Sticky Can. Ja, was soll ich gehen? Ich hock, du hockst. Ja, komm, komm. Ich hab die Nachricht. Hier, weit drücken. Jetzt. Ich bin in Position. I'm waiting for you. Come over here. Lass mich mit raufgehen. Weit drücken. Hör, jetzt zieh die Beine an. Der obere. Der wird auch an mich raufkommen. Ich bin die erste Aufzeichnung. Ich bin die erste. Äh, Tom, legst du die Bombe, ich hol mir die Festplatte. Ah, da ist einer. Nein. Ich bin zufällig, ob ihn draufkommt. Nein. Ja. Scheiße. Ja, liegt schnell die Bombe. Ja, der liegt da. Ja. Der sieht man ja. Ich schaff's nicht. Ich wollte mich enthält, wie viel sauber ist er da aufgestanden. Ja. Schau, dass die die Bombe nicht entdecken oder so. Ich weiß noch. 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 Ich schaue hinter dir nicht. Jetzt sehe ich auch nichts mehr. Der ist... Der ist in Gas, weiß ich nicht. Zwei arm. Sauber. Der ist... Schiff, fällt alles gerade. Wie schaffen Sie denn? Ah. Dann gibts das... wenn in der Medikad vorstum. Die beim... ... im Tracklo. Ach so, du bist. Dieser Daniel ist kein. Der hat's geänt. Kannst du aber zu mir kommen. Wo bist du? Bin zu mich nah bei dir. Ah, kommst du mit entging? Das hast du gut gemacht, weil jetzt habe ich das Ding ausgelöst. Ich habe den Hauptbit-Sensor. Der bemerkt nichts. Wann er kommt, hast du den schon drin oder was? Dann bin ich auf dem Hauptbit-Sensor zufällig da. Ja. Ja, ja, mein Ding ist mir auch. Ach, scheiß, wir haben ja einen Kugel. Na, ich dachte, dass du die obere Asche ist. Jürgen ist ja wie ausgeschossen. Ah, der ist oben geholt. Ja, weil wir haben 300 Kugel. Aber wenn es ins Wort gehe, ich habe was. Ja, dann schaue ich oben und schaue, dass er nicht kommt. Oh, wir sind ein paar Minen. Wo? Oh, wir sind zwei mit Lasern. Oh, fuck. Und ein Gegner ist hier. Oben. Kommt direkt herunter. Kommt direkt herunter. Kommt direkt herunter. Kannst du das nicht machen? Ja, ich habe keine Diss drin. Das ist kurz zum Ableber. Warum hat er mich gesehen? Ich stehe halt hinterm Fass. Ach, dich hat er nicht getötet. Deswegen habe ich meine, dass ich nicht da. Ich tue mir Fassi. Na, ja, ich habe meine die Testplatte. Kommt an und schnappt es nicht mehr... Kann man schnappt es nicht mehr? Kann man schnappt es nicht mehr? Kann man schnappt es nicht mehr... Bis auf dem Boden? Bis auf dem Boden? Oh ja, ich habe mich gebraucht. Wernst du dem Boden? Ah ja? So, wie kann ich jetzt gehen? Geh jetzt mal runter. Genau. Was ist denn da drin? Gibt's da irgendwas? Ja, da war's fast. Wir haben halt einen Übergangsdruck. Wir haben uns echt gerade den Übergangsdruck. Echt? Ja, kannst du auch die Mitgliedschaft durch? Braucht aber fast keine Zeit. Da hast du noch mehr nix, oder? Ich komm mal lieber zu stecken. Oh, da ist einer. Wo? Einer draußen. Fuck! Ah, der hat doch noch... Na! Jeff, wie ging selbst mal? War das geil oder was? Ich hatte eine Droppe und dann wurde... Ist da noch einer? Hm, hm. Ja, ich hab' dich am Radar. Okay? Zeig mal, wie ich das quasi abgegehen kann. Aua! Aha, man hat einen Giften gesehen. Ja, das hat auch blöde. Au, 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 au! Ich will nicht schaffen, 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 ich will nicht schaffen! Ah, kurz davor bin ich bald! Das ist ein Ding! Ehh, der ist irgendwo Mine! Aber ich kann sag's nochmal unter mir, dass ich in Grieg eine komm. Scheißdreck! Ist der der Helfer? Ach, geh Mann! Das ist nicht der, das du blendest ihn und das macht ihn Null aus! Nun drück' dabei Luft in den Schrot rein. Ich hab' dir Sack. Da warst du noch ein bisschen mehr langer. Ja, ich bin Pirate, da wo du normal warst, ähm, ich mach's den, wo du da bist. Oh, ich glaub, der ist ja halt draußen, unten. Eben, geh mal, ich hab' dir alles in die Luft. Stärkung halt. Ah ja, der steht bei mir. Bleib mal mit dem Anstratzloch. Weiß ich nicht, bitte. Nee, überlassen. Du bist aber auch bei mir, oder? Du kannst eigentlich schnell nicht weiter. Nein, ich bin nicht bei dir. Ich bin ganz woanders. Mach, Träter. Was machst du jetzt? Der steht auch in meinem Gas drin. Aber dass er mich oben liegt, das schafft er noch. Aber der liegt jetzt ziemlich lang, oder? Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Ich hab' dir eine Lampen, falls man so lange. Hey, der wird jetzt da irgendwas. Wenn ich das... Ich hab' dir jetzt Pirates. Ich hab' dir jetzt Pirates. Ja, Pirates liegt nur eine Üb-Mine, oder Lase-Mine, oder was auch immer sein mag. Irgendwas nicht ganz viel Lase. Ah, ohne eine normale Mine. Ich bin tot. Aber in Pirates sind jetzt keine Minen und keine Spy-Fekern mehr. Aber du gehst mit ihm, oder wie? Ja, ich geh' dir wieder Pirates. Ja, ich geh' dir wieder Pirates. Ja, ich geh' dir wieder hin. Warte auf, da ist man. Guten Morgen. Ah, so ein Wichser. So ein Wichser, der hat mich erwischt. Oder brauchst du noch mal. Dann könnt ihr hier die Fiskarte holen. Könnt ihr's denn machen, oder? Und währenddessen Pirates kappen... ...kappen... ...kappen. Oh, hinter mir ist einer. Gut, der ist vorbei geworden. Ach, der will zum... äh, zum Dorf fallen. Gut, dass er mich nicht schiebt, wenn ich mich nicht bewege. Und er grad einen Bewegungsdusch dabei... ...hat. So, wir haben dich entdeckt. Weißt du? Oh, was war das auch schon wieder? Dann hätte ich mich nicht kalt machen. Der ist ja grad voll an mir vorbei dran. Beim Ohr. Na, da kommt er. Sie ist gelaufen. Jetzt haben wir irgendwas anders drauf veranstaltet. Ja, ich hab da den Müll geholt. Die Trüge zerschossen. Die Zeit haben wir noch gehabt. Zwei Minuten oder noch mal. Noch mal 20 mal so gut ausgeschaut. Nein. Oh! Wir haben am Anfang dann schon ganz gut ausgeschaut. Wir haben ja schon sehr schnell gehabt. Ja, komm schon. Aber zwischenzeit nicht fertig. So, machen wir mal ein anderes Level. Level, Level, ja. Die Faktorei. Faktorei Anfang. Was? Faktorei Anfang. Warum muss ich schon das? Ne, das war ich noch anders spürt. Da gibt's halt ein Faktorei. Die sind halt quasi schmieden einfach. Du hast dich gerade noch nie gespürt, dann. Du bist voll genug. Ja. So. Leben auf eins. Ja, wo ist der Vater beim Glitzcrank ist? Ja. Ja. Den hab ich ja auch schon gespürt. Und mittlerweile... Mittlerweile... Jetzt schick ich sie ja. 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 Ja.